Hi Leute, irgendwie geht es mir nicht so gut. Ich bin schon seit Mittwoch krank und kann nichts machen, beziehungsweise nur wenig machen. Und ich dachte mir, weil mir gerade wieder langweilig ist, sage ich euch einfach Dinge, die man macht, wenn man krank ist. Let's go. Also, als erstes, ganz wichtig, seinen Schrank aufräumen, dass da alles wieder ordentlich ist. Und generell sein Zimmer aufräumen und alle Sachen runterbringen. Und auch Tasten und alles, was man hier so rumfahren hat. So ein Wärmekissen, alles mal auffallen. Und Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schaue ja übel viel YouTube. Wenn man krank ist, dann gibt es auf einmal so viel, wo man anschauen kann. Also irgendwann gibt es da natürlich auch gar nichts mehr, wo man anschauen kann, aber ich finde irgendwie so viele Sachen sind interessant. Ich zeige euch mal, was ich immer so geschaut habe. Und diese Sachgeschichten, also Sendung mit der Maus, irgendwie die ganze Zeit, das ist mega interessant. Wie wird ein ICE gebaut? Wie wird ein Eis am Stiel gemacht? Und ja, da sind übelst viele so Sachgeschichten. Und ich finde es mega nice. Das erinnert mich irgendwie immer an meine Kindheit. Was ich noch immer ganz gerne schaue, Settys Welt. Ich feiere die einfach unnormal. Die ist so cool und die hat auch so viele geile Rezepte und da habe ich immer richtig Bock auf Essen. Also es ist einfach richtig blöd, dass ich nichts essen kann gerade, weil sonst mir irgendwie ein bisschen schlecht. Was ich noch übrigens schaue, Max, der macht auch so Essensvideos und ich finde es so nice. Also es ist auch mega interessant. Dann geht er immer in so Restaurants. Hier das, ich teste das tollste Restaurant in meiner Stadt. Oder einen Tag persönlich Kochfühl. Und es ist irgendwie immer richtig, richtig cool. Und man hat auch immer direkt Hunger, wenn man seine Videos anschaut. Aber es ist so, so geil. Ich finde generell alles, was mit Essen zu tun hat, finde ich irgendwie so interessant. Und so, keine Ahnung, da würde ich am liebsten direkt eine eigene Küche haben und dann so loslegen, anfangen zu schnibbeln und so. Was auch immer sein muss. Bisschen Trash-TV, Berlin-Packo-Nacht, schaue ich auch. Aber ja, manchmal nicht so regelmäßig, aber manchmal schon. Damit ich jetzt nicht ganz so versauere, richte ich mich jetzt mal. Und vielleicht geht es mir ja dann schon besser. So Leute, ich treffe mich heute Abend noch mit einer ganz besonderen Freundin. Also einmal mit Lorena. Und dann noch mit einer gemeinsamen Freundin, die haben wir 2019 im Surfcamp kennengenannt. Und Tina, wenn du das siehst, dem Grüße an dich. Wir gehen Sushi essen. Und ich bin zwar noch ein bisschen krank, also beziehungsweise kann man natürlich nichts richtig essen. Aber für dich bescheid ich einmal das super oder so. Genau. See you. Hi Leute. Also heute ist ein neuer Tag. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Wir sind dann einfach nach Hause gefahren nach dem Essen im Sushi. Und es war mega lecker. Ich konnte halt nicht so viel essen. Aber ihr habt ja gesehen, was ich gegessen habe. Genau. Und heute haben wir wieder anderes Essen. Also sorry, wenn ich nur mein Essen filme, aber es zurzeit passiert irgendwie nicht so viel Spannendes in meinem Leben. Aber vielleicht interessiert es euch ja trotzdem. Ein bisschen was zu essen. Brot, Pilze, Tomaten, die sind gelb. Dann noch ein paar Gurren und Senf. Und dann schauen wir eine Bayern-Doku. Bayern-Dokumentation. Die ist so nice. Da gibt es sechs Teile und die gibt es bei Amazon Prime Video. Und das ist mega, mega nice. Wir sind keine Bayern-Fans. Keine. Wir wussten nicht, aber die Doku ist gut. Also wir sind keine, ja. Das ist jetzt nicht schwierig, ich wollte es nur sagen. Nicht, dass man denkt, wir sind Bayern-Fans. Das wäre ganz schön beinlich, gell? Ja, schon. Naja, jedenfalls wollte ich sagen, was wollte ich sagen? Nur! Wir filmen gerade, also diese Aufnahme ist jetzt mit iPhone 13. Und mal gucken, wie gut die Aufnahme ist. Also ich finde es irgendwie voll spannend, das zu sehen. Sonst filme ich ja immer mit meiner GoPro, aber ich habe die gerade nicht dabei. Und ja, die Bayern-Doku ist mega nice. So witzig. Geschnitten auch. Das ist einfach, das macht einfach Spaß anzuschauen, weil auch voll viel gezeigt wird, halt so ein bisschen private Einblicke ins Training und so und wie die halt so miteinander so reden und das halt voll die Gemeinschaft ist oder halt voll die coole Gruppe und so. Und das macht einfach mega nice. Das macht mega nice. Das macht mega viel Spaß anzuschauen. Ich weiß nicht, warum ich zurzeit immer so viele Heißen zeige, aber oder Süßigkeiten, aber ich weiß nicht, kennt ihr das? Im Winter, da brauchen wir einfach so viel Süßigkeiten irgendwie für Energie, weil die Sonne ist ja nicht so oft da. Gerade ist eh regnerisch und deshalb gönne ich mir immer ein paar Süßi. Ich zittere an. Was habe ich das Gefühl? Ich laske ich gerade so los. So Leute, ich bin mittlerweile daheim und ich habe jetzt gleich Nachhilfe, deshalb bende ich jetzt auch den Vlog an der Stelle gleich schon. Ja, wir schreiben, wir schreiben diese Woche nochmal Physik und Mathe 2 und ja, ich bin da eigentlich so gut, deshalb muss ich hier nachher begehen. Ich kann euch mal den Ort mal reinziehen. Einfach so ein fetter Schenken hier. Also das ist Naturwissenschaften 1 und 2 bei uns und es ist echt viel, also hier der Ort noch ist auf jeden Fall richtig viel. Ja genau, deshalb gehe ich jetzt nachher für und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ja, euch geht es gut. Ich weiß nicht genau, wann ich das Video hochlade, aber ich wünsche euch eine schöne Woche und viel Spaß bei den Sachen, die euch glücklich machen. Und zieht durch, also bei allem, was ihr macht. Ich ziehe auch durch. Ich muss jetzt echt anfangen, auch ein bisschen mehr Gas zu geben bei Uni und so. Ich bin jetzt schon hinterher und wir haben erst angefangen. Also ja, es ist dieses Semester wieder ein bisschen viel. Aber ich schaffe das und ihr schafft es auch. Das war's. Danke fürs Zusehen und viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Peace.